Hallo und jetzt kommen wir bei Düsseldorf.de heute ein Unboxing, ein Lichtset, den ich gewonnen habe. Ich wollte ein Loch, den in den, wenn das jetzt in der Kamera nicht so aussieht, sehe ich sehr genau und ja. Öffnen wir mal, eben und ja. So, ich gucke mich ja für eine Handfreiheit. Das musste ich eben auf Cut machen. Aber dann ist das ja kein richtiges Unboxing, finde ich so. Hier sieht man natürlich noch besser aus. Ja, hier hinten. So, habe ich gewonnen. Hier in Porzellante, es gibt ja immer so Punkte, die man bringt. Schön sieht das aus. Hier muss ich eben eine Fähre holen. So, ich muss eben gucken, ob ich hier wo eine Fähre finde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Fähre habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen werde ich gleich eben Cutten. Und dann eben versuchen rauszureißen. Und ja. Jetzt werden die ja auch noch wissen, weil ich habe noch so ein rotes. Ich habe jetzt nicht angepackt. Wann ich ein gutes. Schön und rot. Ich schaue die euch gleich auch noch in dunkeln. Zu den roten und den grünen. Und ja. Also Kamera sagt auf jeden Fall blau. Ich habe noch so ein anderes. Und ja. Das werde ich nicht anboxen, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich an. So. So, ich habe den eben hier rausgerissen. Er hat eigentlich funktioniert. Mit dem hier muss ich gleich gucken, wie ich die Abbekammer. So sieht abgehärter Lichtwort aus. Und ja. Vielleicht sieht man in dunkeln besser, dass es kein blaues ist. Mit so so. So. Wir sehen uns gleich wieder im dunkeln. Und dann zeige ich euch hier in dunkeln. Bis klar. So. Jetzt haben wir den dunkeln. Mach ich die mal an. Das sieht ungefähr so aus. Eigentlich nicht schlecht. Hinten schon so. Das sind alles dann roten. Der ist leider ein bisschen kaputt. Aber erläutert nur. Und dann da drehen es nur. Und ja. So sehen die ungefähr aus. Der andere ist hier noch eine Verpackung hier drin. Und dann. Irgend andere. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und ja. Also. Auf der Kamera sieht es blau aus. Keine Ahnung warum. Okay. Jetzt haben sie auch alles ein bisschen gut gemacht. Aber jetzt. Mach wieder ein Licht an. Und. Und. Richtig an. Und. Das war es auch wieder von dieses Video. So. Und. Bis. Dann. Aber bevor ich das vergesse. Wenn ihr eh diesen wollt. Und ich wähle Zutaten. Mixer. Ich habe ja. Auch einen Mixer. Gewonnen. Der funktioniert. Habe ich gerade nachgetestet. Ähm. Von. Von. TechWord. Funktioniert auch. Ist ja auch Sinn. Und ja. Funktioniert jetzt natürlich nicht. Ich. Müsste. In. In. Strom setzen. Wenn ihr Lebensmittel wollt. Dass ich den mal. Mixer. Müsste. Dann. Werd ich das mal machen. Aber. Frag das in den. Kamil. Und. Deswegen. Das war es auch von dieses Video. Ciao. Und. Bis. Dann.